Hi! Heute machen wir Bosna, also ein österreichisches, traditionelles Fast Food, was man eigentlich so in jeder Ecke so ein bisschen kaufen kann. Ja, dann schauen wir mal. So, also das sind die Zutaten. Man braucht gar nicht viel. Ah, endlich hab ich noch vergessen. Ein Gewürz. Und das ist denke ich schon alles. Ja, dann fangen wir mal an. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. 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 Tschüss.